Untertitelung des ZDF, 2020 Vor zwei Jahren in der Schweizer Nationalliga A kam der Kanadier im Sommer zu den Adlern und spielt konstant auf hohem Niveau. Bislang erzielte er sieben Tore und assistierte 13 Mal bei Goals der Adler. Diese Zahlen und seine Einstellung haben die Verantwortlichen dazu gebracht, den Vertrag mit Chef Schenz um zwei Jahre zu verlängern. Eine gute Entscheidung, denn Schenz kann zu einem Führungsspieler bei den Adlern werden.